So Lüchen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, oder einer neuen Runde, äh, One in the Chamber zusammen mit dem Bluren LP. Da ist er auch schon weg. So, jetzt geht's dann wieder weiter hier. Yolo. Ja. Ich hoffe mal, wir. So hier ist so blauer ungespielt und den töt' ich gleich mal. Wir haben uns gegenseitig abgeschossen. Ach, fick dich. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Oh. Alter. Ich hätte ja fast einen Long-Foot-Shot verpasst, ey. Das war aber nicht sehr schön von dir. Ja, klar. Schieß dein Geht ab. Ey, Mann. Was geht bei dir? Jo, was geht? Was geht, ey? Ich bin hier unten und du guckst da so. Ah Gott. Da ist noch jemand gekommen. Der hat mich dann umgebracht. Scheiße. Oh. Das war blöd. Ich bin so traurig, okay. Oh Gott, ey. Die bringen mir auch immer die Gegner um. Das ist echt schlimm heutzutage. Echt, die sind Leute, ne? Die sind echt, echt. Da könnte ich ausrasten immer. Wenn die immer so böse sind und hier One-Handed Chamber gescheit spielen und nicht einfach nur mit mir teamen und immer nur mir die ganzen Kills überlassen. Das ist echt schlimm. Ja, hab ich gesehen. Das war wirklich krass. Das war wirklich böse. Oh, ich bin Erster. Läuft. Der läuft bei dir auch immer. Würde ich mal sagen. Oh, fuck. drüber geschossen. Und der bleibt einfach in der Stelle stehen. Oh, ich find keine Leute mehr. Da hinten ist jemand. Oh, hier ist jemand gespawnt. Oh Gott. Aber den krieg ich nicht. Der ist zu weit oben. Ich find echt keine Leute mehr, die ich hier töten könnte. Das ist sehr traurig. Das war fies. Das war fies. Ach, darum, weil die hier alle auf seinen Haufen sind, ne? Habt ihr das gesehen? Ja. Hier der wolle, Chris. Mal wieder. Immer dieser... Ich hoffe, der ist nicht einfach zu leise hier. Oh Gott, ich töts. Ich hört hier alle! Ich hab drei Pfeile! Ne, zwei. Nein! So, King of Nothing ist erstmal tot. 16 Kills! Jo, was geht? Oh mein Gott. Ich führe hier Haus hoch. Auf jeden... Oh, das ist so... Oh, das wird ein sehr epischer Krieg hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da hat er mich... Longshot! Ach, fick nicht! Jetzt hab ich mein Minecraft Fenster... Ach Gott! Nein! Scheiße! Jetzt hab ich mein Fenster hier kleiner... Oh Gott. Ich hoffe mal, das hat die Aufnahme nicht abgekackt. Das muss ich dann sau hochkomplex nachbearbeiten. Ne, ich glaub, das hat nur kurz die Aufnahme verendet. Oder bisschen. Alter! Da kommt der Wollrickel. Ich bin tot. Aber ich hab 16... 17 Kills. Tschüss, Tschüss! Auf jeden Fall. Ah Gott, das war ganz knapp. Aber fast hätt ich die noch gekriegt. Aber jetzt bin ich auch tot leider. Ne, 8 Kills passt eigentlich. So eine mittelmäßige Runde... Ne. So... Ich feier das jetzt hier jetzt irgendwie so richtig... Ich feier das! Ich feier's auch. Ich feier Dich. Ich bin schon stolz auf dich, mein Sohn. Danke... Dankeschön, Dankeschön! So, und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ja, ich hab gerade mal die Musik ausgedreht, das ist ganz schlau. So, ja, immer noch One in the Chamber, ganz cool, hier. Auf der Map Wild Wild West. Oh ja, Cowboys und Indianer, mag ich. Das ist auch eine... Scheiße, ich hab hier jemanden verfehlt. Okay, hier wurde schon jemand umgebracht. Was geht ab? Ja. Oh Gott, ich hab ganz vergessen, dass ich gar keinen Pfeil mehr hab. Ach du Scheiße. Der ist down. Pfff. Alter Junge. Wie viele Leute das gerade auf mich absehen, ey. Das ist nämlich normal. Alter, fuck. Was ist das? Hat der den Kill, weißt du? Down. Nein, Scheiße. Alter Junge, wie geht's bei mir gerade ab? Alter. Ich bin Zweiter. Ich überleb's hier immer noch ganz knapp, ey. Ja, zu lang warten ist auch nicht gut, ne, mein Freund. Ach du Scheiße, okay. Das ist mein Ende. Ja, ich bin tot, okay. Alter, das war aber gerade echt geil. Ach fuck. So, dann greifen wir mal... Oh nein, warum muss der sich rumbacken? Fick dich. So. Dinkst du was? Alter, ey. Ne, immer wenn ich gerade in so einem Dingskampf bin... Okay. Wieso nicht verarschen? Der wurde auch durch den durchgeschossen. Das habe ich auch das Problem. Du bist nicht alleine, Lauren. Du bist nicht alleine. Oh Mann, ey. Bei mir leckt's grad leicht. Wie man sieht. Also bei mir hängt's wohl eher. Ich weiß nicht, muss man lecken und hängen irgendwie unterscheiden? Joa, das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Ähm, da musst du echt schauen. Weil, da können auch wirklich Hater kommen, wenn du das falsch machst. Mensch, was ist mit meinem PC los, ey? Joa, was geht? Alter Junge. Was geht grad ab? Ich kann ungefähr gerade nicht... Was ist das für einer? Der kommt halt nicht zum Abdruck, hier. Tot. Ähm, wo ist da noch einer? Alter, was geht's? Och, scheiß Drecks-PC, was ist los, ey? Alter, okay. Ich bin grad drauf, ey. Ich glaub dein PC ist nicht so erfreut, das zu hören. Dein armer PC, ey, der hat doch auch Gefühle. Boah, Summer. Ich versteh's nicht. Was ist eigentlich so schwer daran Minecraft zu starten? Ich bin schon wieder tot. Oh, das ist so traurig. Oh, du traurig, komm, Mann. Du bist ein trauriger Mann. Ja, ich weiß. Scheiße, okay. Das ist anyone YouTube. Schreib dir irgendwie einer. Ja, dann würde ich mal sagen. Das war's für diese Folge. Ja, ich würde auch mal sagen, nee, sieh's dann. Und, ähm, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, ne? Oh mein Gott. Joa. Da steht im Chat etwas sehr, ja... Ich sag nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Hau da rein und ciao, Leute. Ja, bis dann bleibt schleimig, ciao. Ja, bis dann zu immer noch. Okay. Wir sehen uns später noch mal wieder auf. wir sehen uns auf.